Untertitelung. BR 2018 Jo. Alles klar. Monsieur Hase, Hase! Frau Weinziger! Tag, wer? Haben Sie den Monsieur Hase, Hase gesehen? Hase, Hase, ja, der läuft da vorne. Gute Verreise! Gute Verreise! Ich bin die Chantal. Chantal. Guck mal, das ist der Eiffelturm. Das ist der Eiffelturm? Was ist, wollen wir beide ein bisschen Spaß haben? Bitte, danke. Lutschen, 80 Euro. Das volle Programm ab 120. Lümmeltüte ist Pflicht. Naturseck, Kaviar mach ich gar nicht. Oder bist du noch zu klein dafür? Kann Monsieur Hase, Hase auch den Lutscher? Ja, kostet aber extra. Wo ist denn dein Freund? Lümmeltüte! Ben! Das ist dein Teil! Ja, die Titten, die waren nicht ganz billig. Das war ein Geheimnis. Also. Komm. Ich mach euch einen guten Preis, Ben. Du machst uns einen guten Preis. Nimmst du den. Und den. Und den. Nimmst du ein. Guten Tag, bitte, danke. Rümpel? Hier ist Ben, ist alles gut bei dir? Ben, bitte in den Koch. Es gibt Pariksame allem. Wann kommst du, Ben? Ich bin in einer Stunde wieder da, ja? In diebten 25 Minuten. In einer Stunde? Bleib einfach vor dem Fernseher sitzen. Gut? Ja, Ben. Was machst du? Ich bleibe vor dem Fernseher sitzen. Genau. Traf. Bis gleich. Ciao, Marco. Ciao. Okay. Ich bin in einer Stunde. Land, 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 Land. Ich bin Ben. Ab nach Hause. Ben. Komm, wo mit dem Tanten? Auf die Plätze. Fertig. Böser Viehstadt von Kleemann. Boah. Wie, wie, wie? Guten Abend. Wie? Ich muss Simple am Dienstag abholen. Er kommt in eine Einrichtung, die passend für ihn ist. Simple kann gezielt gefördert werden. Kein neuer sozialer Kontakt. Simple bleibt bei mir. Ben. Hey, Leute. Was funktioniert denn? Saus hier. Hey, Saus hier. Ist die Polizei böse, Ben? Nee, die ist nicht böse. Die mag uns halt gerade nicht so. Wie heißt, I'm sorry. Es ist gar nicht behindert. Genau. Hey, Jungs, will ich mitfahren? 10 bis 10. Wenn ihr nicht drin seid, sind wir weg. 1. Worauf, Jungs, einsteigen. Was macht ihr in Hamburg? Ein Abenteuer erleben. Mal die Welt sehen. Ein bisschen rauskommen. Die See des Meis. Vielleicht leichtere Art, mit einem Behinderten zu reisen. Der ist geistig, der kann schon noch laufen. Einfach rauslassen. Los! Magst du meine Titten kippen? Titten. Aus irgendeinem Grund war er hier ganz alleine. Ich mache nichts anderes, als mich um ihn zu kümmern. Aber davon hast du keine Ahnung. Du bist alleine. Ist auch nicht immer schön. Wir wollen doch wieder nach Hause, oder? Ja, und dafür müssen wir Papa besuchen. Hast du den aus dem Leben gestriessen, oder was? Barnabas ist behindert. Du nicht. Du kannst was aus deinem Leben machen. Er nicht. Gott, ich stelle dir mal vor, die ganze Welt wäre wie Simpel und Ben. Egal, wo du bist und was du machst, immer ist da jemand. Weißt du, was ich mir wünsche? Dass Ben einfach mal Ben ist. Einfach Ben. Simpel. Suchen wir einen jungen Mann mit zwanzig Minuten. Ben, Simpel und Ben. Ich mag die Polizei. Ben. Du bist auch bescheuert. Du auch. Du bist auch bescheuert. Du bist auch bescheuert.